Willkommen zurück. Letzten Part haben wir die Prinzessin Zelle gerettet und müssen nun entkommen. Naja, sehr praktisch. Alle besiegten Gegner bleiben weiterhin besiegt. Naja, bis auf dir. Wahrscheinlich weil ich sie runtergeschützt hab. Egal, fliegt halt nochmal. Ok, das ist nicht ganz. Ja, komm jetzt. Ja, komm jetzt. Ja? 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 He-Veinworks today wird es nicht mal gemacht. Oah! Waaah! Ja, es sind gleich zwei. Huh Glück gehabt. Von Thronesauer aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Wir müssten uns beeilen. Okay. Kommt her! Aua! Oh! Ein Herz nur noch. Ach der Scheiße. Dieses kündige Wappen verbirgt ein Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinsterer drin. Und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann los. Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Komm schon, hilf mir. Hau ruck. Hau ruck. So. Naja, hier ist es wirklich stockfinster. Oh, wir haben nur noch ein Herz. Äh, Ratte. Nein, ich... Äh, machen wir noch etwas Licht. Hier drin. Bleib fern von mir. Ich brauche keine Rubine und Magie. Äh, ich brauche... Ich brauche... Herz... Äh, oah. Ach, der hat mir gar nicht abgezogen. Ich will ein Herz. Mensch, keine Rubine. Ah, Herz. Du bleibst an. Äh, nicht die Schlange. Puh. Passt perfekt. Wieder alles voll. Ich komme auch nochmal zwischen Lange daher. Ach, das ist die andere. Da ist ein... Hä? Doch, die ob sie... Egal. Ein Schlüssel. Na, super. Schwupp die Wuppen auf, ist sie. Dummy, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Die, 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 die. Ich hasse Ratten. Ratten und Fledermäuse. Ich hasse dich bei Zelda-Spielen. Egal welches. So, dadurch. Nö. Oah. Oh, jetzt hat sich. Das ist meistens immer die letzte Ratte, die ist. Die, die einen Schlüssel hat. Ok. Bin ich auch zufrieden damit. Hm, 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 hm. Unter dieser Tür liegt die Kathedrale. Um die Tür zu öffnen, musst du einmal den Hebel ziehen, halte R gedrückt und drücke runter auf dem Steuerkreuz. Die Kathedrale, wir haben es geschafft. Du bist ein Zelda, ihr seid in Sicherheit, haben wir dir das zu verdanken Domi? Nur dank Domi konnte ich dem Kerker entfliehen. Als ich in Gefangenschaft war, hörte ich dem Mager sagen, wenn ich mit dir fertig bin, wird das Siegel der Weisen öffnen. Domi, du darfst nicht zulassen, dass Hyrule in die Klauen des Magers fällt. Bricht er das Siegel der Sieben Weisen, wird eine Flutwelle des Bösen entfesselt. Wenn dies geschieht, werden die Völker von Hyrule nie wieder in dem Frieden leben. Bevor dies geschieht, bevor es zu spät ist, bitte, du musst den Mager besiegen, bevor er ganz Hyrule zerstört. Du kannst, du musst es. Ich fühle, dass eine starke, böse Macht das Handel des Magiers bestimmt und seine Kräfte verstärkt, nur eine Waffe stark genug dem Magier Einhalt zu gebieten, das legendäre Martenschwert. Doch weiß nur eine Person den Aufenthalt der Klinge, und dies ist der doch Wettelste. Man sagt, er sei ein Nachfarrer einer der Sieben Weisen. Vielleicht kann er dir mehr darüber sagen. Ich werde auf deine Karte markieren, wo sein Haus zu finden ist. Ich bin mir sicher, dass die Palastwache bereits auf der Suche nach euch ist. Es ist besser, wenn ihr euch trennt. Da werde ich Prinzessin Zelda hier verstecken. Keine Sorge. Suche den dochwertesten. Hast du alles verstanden? Ja. Und von der Kiste ist unser erster Herzcontainer. Ein Herzcontainer. Deine Herzzahl ist gestiegen. So, macht's gut. Und wir sind in der Oberwelt. Hier ist das Kreuz. Hier müssen wir hin. Das ist die ganze Karte von Hyrule. Hier ist die Karte von Hyrule. Ja. Ooh. um kakariko kakariko ist recht hier gesucht angeklaute entführung besetzen zelder wie du bist es domi was kann eine alte frau wie ich für dich tun wer der dörfälteste seit die entführung anfing hat ihn niemand mehr gesehen was das masterswert und ich kann mich nicht genau erinnern aber vor langer zeit bewohnte ein voll bekannt aus der hülya dieses land die legenden erzählten von magischen schätzen aus dem zeitalter der hülya das masterswert eine mächtige klinge erschaffen um ihn mit unreinen herzen zu bezwingen ist einer davon man sagt dass es bis heute in grünen herzen der wälder ruht verstehst du die legende auf jeden fall musst du den dorfältesten finden irgendjemandem dorf muss es doch wissen wo er sich erfüllt dann pass auf dich auf ok jetzt nix nur zu betten ja das ist das haus von den dorfältesten eigentlich geht es da noch gibt es auch noch ein herzteil und und die es wird bombisch geld können wir gleich aufgebrauchen So, Bomben anlegen, Ben. Und der erste Herzteil. So, hier beende ich erst mal wieder den Part, wir sehen uns dann das nächste Mal, ciao.